Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit den Nachrichten der letzten Tage aus dem Westen und Süden unseres Landes gegangen ist. 165 Tote, 600 Verletzte und immer noch vermisste Menschen, das sind die Zahlen von Montag, die versuchen, die schlimmen Ausmaße der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auszudrücken. Aber Zahlen sind eben nur Zahlen. Sie können längst nicht erzählen, wie viele entsetzliche Einzelschicksale und schlimme Dramen sich in den letzten Tagen in den betroffenen Landkreisen und Städten wirklich abgespielt haben. Mich haben die Bilder, aber vor allem die Berichte einzelner Menschen zutiefst mitgenommen. Berichte, dass Erwachsene und Kinder zehn Stunden und länger teilweise über Nacht auf ihren Hausdächern ausharren mussten, um auf Rettung zu warten. Berichte, wie Menschen mit eigenen Augen ansehen mussten, wie innerhalb von 30 Minuten ihr Haus, ihr Besitz und ihr ganzes Leben weggespült wurden. Wie Bürgermeister vor laufender Kamera in Tränen ausbrachen, wie Menschen und ihre Todesängste davon erzählten und sie dachten, sie würden den Wassermassen nicht lebend entkommen können. Und wie wir schließlich auch von den Schicksal hörten, bei denen jede Hilfe zu spät kam. All diese Bilder und Erzählungen haben mich entsetzlich traurig und sprachlos gemacht. Wie viel können Menschen eigentlich aushalten, habe ich mich häufig bei den Interviews gefragt, bevor sie zusammenbrechen. Was wir jetzt in den Tagen nach der Katastrophe gesehen haben, das ist, der Mensch hält Unmenschliches aus. Viel mehr, als wir vielleicht im Vorhinein gedacht hätten. Unglaublich. Kaum waren die Wassermassen etwas zurückgedrungen, da fingen die Menschen von alleine und zusammen an aufzuräumen. Vielleicht im aufgeputschten Zustand, ja, vielleicht im traumatisierten Tunnelblick, vielleicht um überhaupt etwas zu tun, aber sie taten es. Für mich ist das ein Bild der Solidarität, des Zeichens, des Beweises, dass wir Menschen für die Not des Anderen nicht blind sind. Dass wir nicht nur in einer Welt voller Egoisten leben, die weder nach links noch nach rechts schauen. Dass wir keine Menschen des passiven Ertragens sind, sondern dass wir Menschen des aktiven Widerstands gegen solche Unglücke sein können. Und das hat mich trotz aller Hilflosigkeit auch wieder hoffen lassen. Und ich habe dabei an eine Stelle aus dem zweiten Korintherbrief gedacht. Da sagt Gott zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Ob wir selbst Opfer von schlimmen Schicksalsschlägen sind oder ob wir hilflos mitzusehen mussten. Wir alle fühlen uns dabei unendlich schwach und hilflos. Und dass Gott genau in diesem Moment sagt, ich bin da, ich sehe deine Not. Ja, das kann nicht alles wieder gut machen. Das kann auch kein Menschenleben wieder zurückbringen. Aber es kann zeigen, dass wir nicht alleine sind. Und dass wir auch nicht unser Schicksal alleine nur tragen müssen. Viele Tage und viele Monate müssen und werden vergehen, bis man Unglücke, Verluste und Traumata verarbeiten kann. Das braucht Zeit und viel Gespräch und auch viel Gebet. Dafür wünsche ich Ihnen viel, viel Kraft und vor allem Gottes Hilfe. Vielen Dank.